Wir vertiefen das Thema. Bei mir im Studio ist Gerald Knaus, Migrationsexperte und Gründer der European Stability Initiative. Ich grüße Sie, schön, dass Sie Zeit für uns haben. Hallo. Die EU-Kommission rechnet mit mehreren Millionen Vertriebenen. Mit was rechnen Sie genau? Kann man da überhaupt schon von einer Zahl sprechen? Also die EU-Kommission ist gezwungen, eine Schätzung abzugeben, weil sie ja eine Richtlinie verabschieden will diese Woche. Und die Richtlinie, das Gesetz, fordert eine Schätzung. In Wirklichkeit wissen alle Praktiker, in Deutschland wie in Brüssel, dass das Ganze nicht zu schätzen ist. Wir hatten in den letzten Tagen eine unglaublich hohe Zahl, also historisch einzigartig, einige hunderttausend Menschen in wenigen Tagen. Aber wir wissen nicht, ist die Ukraine in einigen Wochen wieder im Frieden, ist das Land geteilt, stehen dann russische Grenzschützer und Soldaten an dieser Grenze oder wird das ein Konflikt wie Syrien? Also man soll von hohen Zahlen ausgehen, aber Wissen tut es niemand. Aber wie kann denn jetzt in so einer Situation auch Deutschland beziehungsweise die EU reagieren? Wie kann man denn jetzt hier welche Vorbereitungen treffen? Ich glaube, man muss drei Dinge machen, vor allem für die Politiker und die Regierungen. Das Erste ist, man muss die Bevölkerung mitnehmen, das ist immer eine Krise. In dem Fall ist das einfach. Ich glaube, die Empathie quer durch Europa, vor allem auch in der Slowakei, in Polen, in Rumänien, in Moldau, aber auch in Deutschland ist unglaublich groß. Also die Bevölkerung steht dahinter. Das Zweite ist, man muss Dinge vorschlagen, die umsetzbar sind. Also nicht wie 2015, 16, sich in lange Verteilungsdiskussionen, die dann praktisch nicht zu realisieren sind. Die Leute kommen, viele werden von der ukrainischen Diaspora unterstützt werden. Es gibt eine sehr große ukrainische Diaspora, die werden sich selbst verteilen. Das Entscheidende ist, dass sie einen Status haben. Und das Dritte, und das ist vielleicht das Schwierigste, ist, dass man die Klippen der Unmenschlichkeit, die passieren könnten, umschifft. Also jetzt zum Beispiel nicht, wie wir es auch sehen in kleinen Zahlen an den Grenzen, afrikanische Studenten, die in der Ukraine leben, die russische Frau des ukrainischen Mannes, der aserbaidschanische Angestellte, die in der Ukraine eine Aufenthaltsgenehmigung haben, die auch fliehen, dass man die nicht zurückstößt. Aber das sind kleine Zahlen. Also wenn man das macht, die Bevölkerung mitnimmt, realistisch plant und aufpasst, dass man keine Gruppen zurückstößt, dann ist das Beste auf Sicht fahren und sehen, was jeder Tag bringt. Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat ja auch gesagt, das Ganze soll unbürokratisch ablaufen. Aber Deutschland liebt ja eigentlich Bürokratie. Also was kann denn auch Deutschland jetzt ganz konkret tun, dass das so unbürokratisch wie möglich abläuft? Also ich bin nicht Deutscher und ich nehme da Deutschland lieber in Schutz. Ich glaube, Deutschland hat gezeigt, dass es in der Lage ist, die Regierung, die Verwaltung, man hat das ja schon einmal gemacht, hier auch unbürokratisch zu reagieren. Das erste ist der Rechtsstatus und manche Bundesländer wie Berlin etwa haben schon angeordnet, alle Ukrainer, die in Berlin sind, können bis Ende Mai, haben sie ein Aufenthaltserlaubnis. Egal, was der Status ist. So etwas kann die Innenministerin anordnen nach dem deutschen Aufenthaltsgesetz, Paragraph 99, auch für drei Monate im Alleingang, wenn sie will. Und auf EU-Ebene wird diese Woche diskutiert, allen, die kommen und man muss noch definieren, die Gruppe und wie das geprüft wird, ob die jetzt einen Pass brauchen, viele werden ihn nicht haben, aber die EU bestimmt die Gruppe, die dann auch einen Status bekommt. Das ist im Gange. Darüber hinaus muss man dann sehen, wie viele der Menschen, die ja nur temporär kommen wollen. Ich meine, es gibt ja viele Männer, die gehen aus der Europäischen Union zurück in die Ukraine, um zu kämpfen. Es geht ja für die Menschen darum, ihr Land zu verteidigen und die wollen auch wieder zurück. Wie lange sie bleiben, hoffentlich kurz, hoffentlich klappt die Fluchtursachenbekämpfung, die wir gestern gesehen haben, nämlich der Druck auf Russland, den Grund für diese Massenflucht. Wie lange sie bleiben, wissen wir nicht. Selbst Ungarn hat ja jetzt angekündigt, wir nehmen Vertriebene auf. Wo kommt denn der Sinneswandel her? Ich glaube, das ist eine Mischung aus ehrlicher Empathie. Empathie, Menschen sind überall gleich, in Südamerika wie in Südostasien wie in Europa. Wenn es um Menschen geht, zu denen man eine Verbindung spürt, mit denen man sich identifizieren kann, dann sind Menschen empathisch. Und Ungarn kennen Ukrainer. Es gibt eine gemeinsame Grenze. Es gibt viele Ungarn, die leben in der Ukraine. Das heißt, ich glaube, das macht es leichter. Ich glaube aber auch, dass es den politischen Druck gibt von anderen in der EU. Wenn alle in der EU, auch Polen etwa, das arme Moldau, der ärmste Staat der EU, vorangehen und sagen, wir lassen unsere Grenze offen, dann kann kein Politiker sich damit profilieren, da nicht mitzugehen. Also ich glaube, diese beiden Dinge erklären diesen Sinneswandel. Vielleicht noch kurz zum Schluss. Viele Zuschauerinnen und Zuschauer fragen sich jetzt, vielleicht wie kann ich persönlich auch helfen, klar spenden, aber wie kann man denn noch unterstützen? Also ich glaube, man hat das gesehen in den letzten Monaten schon am Beispiel von Afghanen. Es gibt eine große Bereitschaft. Manche Leute haben auch die Fähigkeiten, Leute aufzunehmen. Das zu organisieren, zivilgesellschaftlich und vom Staat zu unterstützen, dass Familien sich melden können, sagen können, wir können eine Frau und ihre Kinder aufnehmen für drei Monate. Wenn man da Wege findet, für die Bevölkerung sich hier zu beteiligen, da gibt es, glaube ich, eine Infrastruktur schon in ganz Deutschland. Dann könnten sich hier viele beteiligen und ich glaube, wir werden überrascht, wie viele Menschen helfen wollen. Sagt Gerald Knaus, besten Dank für den Besuch. Dankeschön. Danke Ihnen. Danke Ihnen. Danke Ihnen.